Servus, hi! Hallo, nicht so schüchtern. Wir machen Streetmagic. Kennt ihr Streetmagic? Nein. Einer hat ja gesagt. Du hast ja gesagt. Ja, kennst du? Okay. Machen wir mal was? Hast du Lust? Okay. Ja? Du kennst die Karten? Du kennst Karten? Ja. Weißt, wie was ausschaut, richtig? Ja. Okay, willst du mal mischen? Ja. Na klar, ne? Ja. Filmst du jetzt auch? Ja. Was? Servus. Mahlzeit. Mahlzeit. Servus. Ja. So, okay. Bist du zufrieden? Ja. Okay. Okay, pass mal auf. Nimm mal irgendeine. Ja. Okay. Ich kann es dir ruhig sehen. Ist okay. Schreib mal deinen Namen drauf. Oder schreib deinen Lieblingsurlaubsort drauf. Dein Lieblingsgericht. Was auch immer. Ganz groß, ja. Okay. Dass die Karte wirklich nur einmal gibt. Okay. Okay? Ja. Okay, perfekt. Was hast du? Spanien. Du gehst gerne nach Spanien? Ja. Ja. Warst du dieses Jahr schon? Willst du dieses Jahr? Ja. Also ich war schon letztes Jahr und ich will die doch mal hin. Ja, sehr cool. Sehr gut. Okay, pass mal auf. Deine Karte. Okay. Ich stehe hier jetzt irgendwo mitten ins Spiel. Komm mal näher. Mitten ins Spiel rein. Aber tendenziell schon nach unten. Okay? Pass mal auf. Deine Karte wandert hier mitten rein. Kannst du schnippen? Äh, nein. Also so, ja. Ja, genau. Machen wir. Jedes Mal, wenn du schnippst, passiert, was total cool ist. Okay? Okay. Schnippen mal. Deine Karte ist innen drin. Und wenn du schnippst, wandert deine Karte wieder nach oben. Oha. 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 Genau. Wir machen es nochmal. Ich nehme deine Karte, heb mal die Hälfte der Karten hoch. Ich lege sie rein. Schnipp nochmal. Die Karte gibt es nur einmal auf der ganzen Welt. Zeig mal. Die anderen? Hallo. Ja. Das ist ja gelaukt. Okay. Aber ich zeige euch jetzt, wie es geht. Okay? Ihr dürft aber wirklich nicht weiter erzählen. Okay. Okay? Ja. Sehr gut. Pass mal auf. Da kommst du jetzt auch näher, ne? Ja. Ganz schön neugierig. Oh, Mensch. Okay. Deine Karte ist oben. Okay? Ich schieb sie nochmal vor, damit du es tatsächlich auch sehen kannst. Oben, ja? Pass mal auf. Ich schieb sie rein. Deine Karte. Ungefähr, sagen wir mal, achte Karte. Ja? Hier ungefähr zehn Karten. 18 Karten rein. Du siehst sie noch? Das war's. Schnipp nochmal. Hä? Die war's. Hä? Die war doch noch? Hä? Die war doch, da w